Hallo ihr lieben Fische und herzlich willkommen zu eurer Liebes- und Beziehungslegung. Als erstes ziehen wir eine Karte mit den Romans Angels von Doreen Virtue und schauen mal, was die Botschaft, oh guck, diese Karte wollte raus, dann nehmen wir sie auch. Die Botschaft hier ist Forgiving and Learning, also vergeben und lernen. As you release and heal the past, während du die Vergangenheit loslässt und heilst, you experience more love in your present moments, kannst du in dem jetzigen Moment mehr Liebe erfahren. Okay, Botschaft Nummer 1. Schauen wir mal, wie sich das gleich in den Karten im Tarot widerspiegelt. Diese Legung ist übrigens für dich, habe ich gerade gar nicht gesagt, falls du die Fische in Sonnenzeichen, Mond, Ascendenten oder der Venus hast. So, also für dich geht es um Lernerfahrungen, es geht um Vergebung und es geht darum, dass du im Hier und Jetzt mehr Liebe erfährst. Vielleicht gibt es Erfahrungen dadurch aus der Vergangenheit, wo du noch vergeben darfst, vielleicht dir selbst. Vielleicht gibt es Aspekte, wo du das Gefühl hast, ah, hätte ich das damals anders gemacht oder so. Das heißt zum einen, nehme ich wahr, dass es Aspekte gibt, wo du dir selber vergeben darfst. Wisse, du hast es in dem Moment so gut gemacht, wie du es konntest zu dem Moment. Du hast seitdem viel gelernt und heute kannst du die Dinge anders machen. Das heißt heute, wenn die gleiche oder ähnliche Situation jetzt aufkommen würde, hast du natürlich jetzt einen Wissensschatz und sagst, okay, damals habe ich das so und so gemacht, heute handele ich jetzt auf eine andere Art und Weise. Hier kriege ich schon das Stopp rein. Gleichzeitig geht es für dich extrem darum, die Vergangenheit loszulassen. Oh, wow. Ja, schauen wir uns das hier mal weiter an. Gucke, da haben wir nämlich die Verletzungen der Vergangenheit, die noch eine Rolle spielen. Da haben wir das Loslassen. Und da haben wir noch die Acht der Spälche. Ohpala, Moment. Ja, okay. Okay, dann haben wir hier aber auch noch ein Vorangehen, ein Wachsen. So, ich ziehe auf ein paar Karten hier auch noch das Lenormand. Ich würde sagen, wir starten erstmal. Für dich und die Situation zwischen dir und einer anderen Person. Es geht darum, wirklich die Vergangenheit loszulassen. Der eine oder andere, es kann auch sein, dass der eine oder andere sich hier wegbewegt aus einer Situation. Ich nehme eine gewisse Distanz wahr hier, die sechs der Schwerter. Man distanziert sich von etwas. Man distanziert sich, man lässt die Konflikte in der Vergangenheit. Und ich nehme zum einen wahr, dass ich, okay, die Energie, die ich von dir bekomme, ist, dass du versuchst, diese Konflikte, die in der Vergangenheit vorgefallen sind, diese Verletzungen, die in der Vergangenheit vorgefallen sind, in der Vergangenheit zu lassen. Und ich habe aber gleichzeitig das Gefühl, dass du nach wie vor in dieser Situation bist. Also diese Person ist in deinem Leben nach wie vor aktiv oder präsent. Wir haben die Acht der Kelche hier und die Acht der Kelche ist umgedreht. Das heißt, ich habe auf der einen Seite das Gefühl, wir haben zwar eine gewisse emotionale Distanz, du bewegst dich aber wieder zurück zu den Gefühlen in dieser Situation. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, hier findet eine Art Annäherung statt. Ich nehme sehr viel Verletzungen wahr, insbesondere in der Vergangenheit. Hier, Königin der Schwerter, ungefragter Rat. Ungefragter Rat oder wirklich harte Worte, die sehr unterkühlt sind, sehr berechnend auch vielleicht sind. Vielleicht hattest du das Gefühl, dass die Person vielleicht ein bisschen manipulativ ist mit Worten, mit der du es zu tun hast. Wenn das nicht der Fall ist, vielleicht hast du auch versucht, die Situation zu manipulieren auf gewisse Art und Weise, mit der Art und Weise, wie du kommunizierst. Auch das könnte sein. Die Königin der Schwerter, umgedreht, ist aber grundsätzlich sehr harte Worte. Das Geschenk der Königin ist Klarheit. Klarheit bekommen über eine Situation und eine klare Kommunikation. Aber umgedreht ist es eine sehr, sehr schmerzhafte Kommunikation oder schmerzhafte Wahrheit. Oder dir wird hier etwas klar, aber auf sehr schmerzhafte Art und Weise. Gegebenenfalls war das hier in der Vergangenheit eine Kommunikation, die zwischen dir und der anderen Person stattgefunden hat. Worum es hierbei geht, sind auch langfristige Pläne. König der Münzen. Der König der Münzen ist jemand, der hat sehr viel Erfahrung im Bereich Dinge, in dem Bereich, wo es darum geht, für Dinge zu arbeiten. Langfristig an Dingen zu arbeiten, nicht aufzugeben. Das heißt, hier haben wir eigentlich jemanden, der wirklich für Stabilität und Sicherheit sorgen kann. Und der weiß, dass manche Dinge einfach auch Zeit brauchen und Commitments brauchen. Also, wie sagt man, Einsatz brauchen. Nun haben wir ihn aber umgedreht. Das heißt, es kann auf ein paar unterschiedliche Situationen hindeuten. Und was ich bekomme, ist, dass es Streitgespräche gab, Konflikte gab, mit sehr harten Worten oder wo dir die harte Wahrheit, sag ich mal, wo dir was bewusst geworden ist. Auch gerade mit der Sonne. Dir ist hier in der Vergangenheit was klar geworden, aber gefühlt auf schmerzhafte Art und Weise. Bezogen auf Langzeitpläne. Entweder bezogen auf das Thema Familie, Familiengründung. Das wäre ein Aspekt, den der König der Münzen bedient. Auf der anderen Seite kann es hier um berufliche und finanzielle Aspekte gehen, die hier eine Rolle spielen. Vielleicht gibt es hier keine Stabilität und Sicherheit und keine langfristigen Aussichten darauf. Oder jemand leistet nicht genug Arbeit, um hier langfristig Stabilität und Sicherheit gegebenenfalls im beruflichen und finanziellen zu aufzubauen. Auf der anderen Seite kann der König der Münzen schlichtweg für die Arbeit an einer Beziehung stehen. Dass wir also hier einen Konflikt haben aufgrund dessen, dass diese Beziehung instabil ist. Das muss jetzt nicht zwingen, was mit der Familie, dem Zuhause oder den Finanzen zu tun haben, sondern es kann einfach eine generelle Instabilität zwischen euch sein. Und dass hier eben das mit der Sonne ans Tageslicht gekommen ist. Die Sonne nämlich hier in dem Sinne, am meisten muss ich ganz ehrlich sagen, war für die Energie von, okay, da ist was ans Licht gekommen. Lass uns mal schauen. Was ist denn die Klarheit oder das, was da ans Licht gekommen ist? Worum geht es hier? Da klären wir jetzt direkt mal die erste Karte. Die Sonne. Worum geht es hier mit der Sonne? Was ist bewusst geworden? Die Öffentlichkeit oder ja, auch hier wieder. Der Park an sich steht schon, irgendwas ist an die Öffentlichkeit gekommen. Vielleicht gab es eine öffentliche, eine offene Kommunikation. Es hat sich hier etwas eröffnet. Vielleicht hat es hier was zu tun mit dem sozialen Umfeld oder mit der Öffentlichkeit oder mit einer Gruppe an Menschen. Lass mich da noch mal eine Zusatzkarte ziehen. So. Kriegen wir noch eine Zusatz? Ach ja, guck mal. Und dann haben wir hier noch die Wolken. Was uns im Prinzip nur wiederum sagt, dass auf diesem Park, auf diesem, was an die Öffentlichkeit gekommen ist, die Wolken lagen. Also sprich, hier lag die Unklarheit bezogen auf die Öffentlichkeit oder irgendwas, was an die Öffentlichkeit gekommen ist. Es kann auch sein, dass das, was an die Öffentlichkeit gekommen ist, dich auf gewisse Art und Weise erstmal irritiert und verwirrt hat. Wenn wir uns jetzt ins Jetzt bewegen. Erstmal, was wir sehen, ist enormes Wachstumspotenzial hier. Was spannend ist, weil auch hier Vergebung und Lernen, Lernen, Erfahrungen, Wachstum, das beinhaltet im Prinzip diese Energie bereits. Das heißt, grundsätzlich hast du in dieser Situation gerade extremes Wachstumspotenzial. Ich habe aber auch das Gefühl, dass du aktuell, und das ist eher dieser verdeckte Einfluss, der noch unten drunter liegt. Wenn du dir das mal anschaust, wir haben so die Karten gezogen. Das heißt, was ist denn ganz unten drunter, dieser verdeckte Einfluss, da haben wir dann die drei der Münster, Schwer, Ding Dong, Stäbe. Und ich habe das Gefühl, was bei dir innerlich gerade passiert ist, fühlt sich an wie ein innerliches, okay, ich schaue mal so langsam über den Tellerrand hinaus. Was ist denn da noch? Was für Erfahrungen möchte ich denn machen in der Zukunft? Und ich habe das Gefühl, hier geht es um deine ganz persönliche Seelenreise, wo das, was dich vielleicht gerade sehr unterbewusst beeinflusst, ist dieser Drang nach neuen Erfahrungen. Vielleicht hast du auch keine Lust mehr darauf, immer die gleichen Erfahrungen zu machen oder in einem Kreislauf zu stecken. Denn was wir hier tatsächlich auch noch in der Zukunft sehen, ist, dass hier, wie sich die Situation weiterentwickelt, dann doch nochmal ein Konflikt liegt. Sprich, eigentlich bist du gerade dabei, diese Konflikte hinter dir zu lassen. Ich sehe eine Erschöpfung hier, das heißt, diese Situation erschöpft dich. Aber auch das muss man sagen, die neuen der Stäbe auch hier, du hast einen großen Erfahrungsschatz. Also definitiv. Und auf der einen Seite nehme ich hier wahr, dass du dir, ich habe das Gefühl, du hast dich ein bisschen zurückgezogen aufgrund dieser Erkenntnis oder dieser Verletzungen, die da vorgefallen sind. Du hast dich zurückgezogen, brauchtest ein bisschen Zeit mit dir alleine, hast dich vielleicht ein bisschen abgegrenzt. Und jetzt, im Prinzip geht es hier, diese Energie, die ich hier wahrnehme, auch wenn wir unterbewusst hier diese Karte gefühlt ein bisschen gespiegelt haben, dieses, okay, ich möchte neue Erfahrungen sammeln, ich möchte jetzt in eine ruhigere Zukunft gehen, ich möchte diese Konflikte hinter mir lassen. In dieser Kombination, wie wir es hier haben, nehme ich das ganz stark wahr, nehme aber auch wahr, dass mit den acht der Kelchen du doch mal zurückgehst in eine Situation, wo du vielleicht nicht hundertprozentig glücklich und erfüllt bist. Und da sehen wir, wie sich das Ganze weiterentwickelt hier, nämlich das nächste, was hier kommt, ist tatsächlich nochmal ein Konflikt. Ich möchte aber jetzt erstmal in dieser Reihe noch etwas klären. Ich möchte eine Zusatzbotschaft haben zu der aktuellen Reihe. So, kriegen wir eine Zusatzbotschaft, nicht speziell bezogen auf eine Karte hier, sondern einfach generell. Was sollten wir gerade noch wissen zu der aktuellen Situation? Der Bär. Der Bär kann für mehrere Sachen stehen. Zum einen, in Partnerschaften und Beziehungen könnte der Bär für eine Seelenpartnerschaft oder eine sehr starke, einflussreiche Verbindung stehen. Stark und einflussreich, ja, das könnte gefühlsmäßig sein. Vielleicht beeinflusst dich diese Situation extrem stark. Oder diese Verbindung, diese Person beeinflusst dich sehr stark. Auf der anderen Seite kann es immer für eine alte Verbindung stehen, also auch eine karmische Verbindung oder eine Seelenpartnerschaft, sage ich mal, eine karmische Partnerschaft, hier, wo es noch einiges aufzuräumen gibt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass du gerade einen starken, okay, der Drang ist stark, das Alte hinter dir zu lassen, aber gleichzeitig hast du die Hoffnung, dass sich die Situation verbessert. Deswegen habe ich das Gefühl, du gehst quasi wieder zurück, auch wenn du eigentlich weißt, hey, so ganz hundertprozentig glücklich bin ich nicht. Aber dieses Zurückgehen liegt daran, weil diese Verbindung einen so starken Effekt, einen so starken Einfluss auf dich und dein Leben hat. Sodass ich das Gefühl habe, es ist relativ schwer, das loszulassen. Zumindest ist das dein Gefühl, was du hast. Wenn wir uns mal weiter hier nach vorne bewegen, sehen wir die 5 der Schwerter, 8 der Münzen und noch den Buben der Stäbe. Also, die 5 der Schwerter sagt mir, dass der Konflikt, wo du dich von weg bewegst, das, was du eigentlich hinter dir lassen möchtest, was auch immer die Konflikte zwischen dir und der anderen Person sind, das kommt hier nochmal auf, das ist nicht geklärt, das ist noch nicht gelöst. Aber was gemacht wird, ist, es wird weiter an der Verbindung, an der Beziehung gearbeitet und es wird weiter daran gearbeitet, hier Stabilität und Sicherheit aufzubauen. Was ja in der Vergangenheit hier ein ganz, ganz großes Thema war und was gefühlt nicht gegeben war in der Vergangenheit. Das heißt, auch wenn wir hier jetzt nochmal so einen Konflikt haben und den möchte ich als erstes mal eben klären, worum geht es hier mit den Konflikten? Auch wieder das Ding ist, hier sind wieder Streitigkeiten. Jemand, der Recht haben möchte, um jeden Preis. Ach, gucke mal, da kommt das Kreuz rausgeflogen. Und das sind diese, okay, das ist etwas, was sich sehr stark belastet hier, das Kreuz, auch da, ne, Kreuz Karma, sagte ich gerade schon. Hier sind karmische Konflikte, wo jemand Recht haben möchte, gewinnen möchte um jeden Preis oder wo sich versucht, jemand hier einen Vorteil zu verschaffen aus dieser Situation. Es kann einfach auch sein, ich habe das jetzt lange nicht mehr gesagt, weil das Wort so krass benutzt wird in der spirituellen Szene besonders oder Menschen, die auf der persönlichen Weiterentwicklung sind, habe ich das Gefühl, ist es so ein Trendwort geworden, was nicht zwingend auf jedermann zutrifft. Aber die Fünfte Schwerter ist meine Karte für, dass jemand ein paar narzisstische Züge haben kann. Und was bedeutet das? Das bedeutet gefühlt, dass die Menschen abgetrennt sind von sich und von anderen und dementsprechend keine Empathie und kein Verständnis haben für die andere Person. Und das ist eine Problematik, weil dann in dem Fall natürlich hier es eine Person gibt, die gerade kein Verständnis hat für die Emotionen und Gefühle der anderen Person und vielleicht auch gar nicht daran interessiert ist, in dem Moment, wo diese Streitgespräche auftauchen, zu verstehen, warum die andere Person auf eine gewisse Art und Weise reagiert. Das bedeutet, hier haben wir gefühlt Konflikte, die schwer überwindbar sind oder schwer lösbar sind, weil sie von einer Seite definitiv nicht gelöst werden wollen in dem Moment. Und das ist schwierig. Was wir aber sehen, ich sagte das gerade schon, hier wird dann trotzdem wieder weiter an etwas gearbeitet, also mehr Arbeit, mehr Zeit, mehr Energie rein investiert in die Situation. Wir haben dann noch den Buben der Stäbe umgedreht. Bube der Stäbe umgedreht. Ich habe das Gefühl, dass es in der nahen Zukunft etwas gibt, wo man sich vielleicht sehr schnell reinstürzt, ohne groß zu überlegen oder lange zu überlegen, ob das langfristig umsetzbar ist oder ob man das langfristig durchziehen kann. Denn der Buben der Stäbe grundsätzlich tolle Energie, das sind so diese Hibbelkinder, wobei es nicht um ein Kind gehen muss hier, aber so diese Energie ist so, oh mein Gott, was ist das, was ist das, ich bin neugierig, oh, ich möchte jetzt das erleben, was ist das. Und die Sache ist die, wenn die Energie nicht im Gleichgewicht ist oder nicht erdende Elemente da sind, dann kann es sein, dass der Buben der Stäbe sich reinstürzt in neue Sachen, aber nicht zu Ende bringt. Und dementsprechend haben wir hier diesen Aspekt von, okay, hier ist eine Energie von sich schnell in irgendwas reinstürzen, sich schnell begeistern lassen, aber dann irgendwas nicht zu Ende bringen. Lass uns mal schauen, worum es hier geht. Da haben wir den Hund. Es kann um einen Hund, um ein Haustier gehen. Es kann gehen um eine Situation, wo Hilfe und Unterstützung vielleicht angeboten wird oder man anbietet, aber das dann letzten Endes nicht zu Ende bringen kann. Vielleicht geht es hier auch um eine Situation mit einem Freund. In diesem Sinne, für manche von euch kann das ein Angebot sein, was man aber nicht genau unter die Lupe nimmt. Und wo ich das Gefühl habe, da ist vielleicht ein kleiner Haken an der Sache. Und der Haken könnte, wie gesagt, der sein, dass hier etwas dann nicht zu Ende gebracht werden kann oder nicht weitergeführt werden kann. Ich gehe jetzt einmal, du siehst hier schon die nächsten Karten parat, ich gehe jetzt einmal in die Situation von der anderen Seite rein. Sprich, wir schauen uns einmal die Energie an deiner Person, mit der du es hier zu tun hast. Was denkt er oder sie über dich, fühlt für dich? Was sind die wahren Absichten? Was sind die Herausforderungen und Blockaden deiner Person hier? Und wie entwickelt sich das Ganze weiter? Wir ziehen dir noch einen Tipp und auch noch drei Orakelkarten, um zu sehen, was weitere Einflüsse sind, die euch hier beeinflussen. Und in dem Sinne darf ich dich einladen, mir zu folgen. In deiner Erweiterung unter diesem Video findest du den Link. Link Nummer eins zu Vimeo, da findest du das Einzelvideo. Link Nummer zwei zu Patreon, da hast du die Mitgliedschaft, in der dir immer alle Erweiterungen direkt freigeschaltet werden. Auch alle Erweiterungen von den kompletten letzten anderthalb Jahren kannst du dir dort anschauen. Falls du also nochmal schauen möchtest, in deiner Jahreslegung etc., da findest du wirklich alles. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Ich starte mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen. Also bis gleich. Mua! Mua! Untertitelung des ZDF, 2020